Hallo und herzlich willkommen zu Episode, äh, hau mich tot, äh, von Mindcrack. Wir sind immer noch auf dem Feed the Beast Server und der Regen geht mir auf den Piss. Hallo Adi! Hallo! Ja, äh, ich würde mal sagen, wir machen einfach weiter. Was willst du heute in dieser Episode erreichen? Ich hoffe mal, dass ich weiterhin die Query gleich kriege. Also dein Ziel ist, wir nehmen jetzt zwei Folgen auf, weil in nächster Zeit habe ich Klausuren und das Problem ist dann, dass ich dann keine Zeit zum Aufnehmen habe, dann muss ich halt rendern. Sondern jetzt, Adi, bleib mal grad stehen. Wir haben den Buddycamps-Mod wieder installiert, das bedeutet, ich sehe Adis Ansicht innerhalb von 100 Blöcken Radius um mich rum herum. Und, äh, ja, alles ist super, alles ist toll, wir können anfangen. Ja. Mein Ziel nebenbei ist es, die Longfall Boots für mich endlich zu machen. Die habe ich hier schon mal rausgesucht. Weil ich sonst immer extrem viel Damage kriege beim Hinfallen, wie man hier sieht. Ja, setzen wir uns ran, ne? Warum bremst du denn kurz vom Boden nicht ab? Weil ich zu faul bin. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Adi? Ja. Danke. Ähm, beschreib mal kurz, was du für deine Quirby brauchst. Titanium. Mach mal Titanium, viel Spaß. Ja, ich weiß, ich werde viel Spaß haben. Ich glaube, ich baue als allererstes den Messerator. Einfach nur, um es zu haben. Ach du Scheiße. Lol, was bringen denn diese Hungry Chests? Die, äh, mit einem Item davor wirst, dann macht das... Und dann, äh, nehmen die das auf. Das Item. Hast du Lapis gefunden? Ne, ich hab keine Ahnung. Wir brauchen ganz unbedingt Lapis. Wir brauchen Scrap. Gibt es nicht eine Alternativmethode, das zu craften? Nope. Scrap ist richtig scheiße zu bekommen. Ja, ich weiß auch nicht, warum mein Bruder zu Scrap braucht. Wir brauchen nämlich Scrap für dieses scheiß Titanium. Es gibt auch keine Alternativmethode, die Quarry zu bauen, oder? Nein. Scheiße. Wir haben also ein Problem. Wir brauchen nämlich diesen Diamond Drill und, äh, für den braucht man Scrap. Ich suche gerade noch eine angemessene Hürde, wo man irgendwie Lapis finden könnte. Ach Himmel, auch scheiß Zwirn, ich habe auch Endstation gefunden. Ich komme übrigens nicht aus Bayern, für alle, die sich fragen. Warum der so bekloppt spricht. Im Ball machst du es, damit du zwei Mars trinken kannst und dann noch fahren kannst. Das bedeutet, vier Glas Bier in anderen Deutschlandländern. Zwei Mars ist ein Lieder. Ne, ein Mars ist ein Lieder. Was? Das ist echt nicht drauf gekommen, weißt du. Es gibt Menschen, die kommen da nicht drauf. Dann mache ich diese Folge irgendwas anderes. Und zwar, ich gucke, dass ich Lava finde und komme in den Äther. Kannst du mir einen Gefallen tun, kannst du mir einen großen Gefallen tun, mir helfen, Lapis zu finden. Lapis? Lapis. Das französische Wort für auf Toilette gehen. Lapis. So, Adi ist jetzt, oh ne, er ist wieder in der Nähe von mir. Aber gerade eben war 100 Blöcke weg und dann geht halt die Ansicht weg. Da können wir nichts für, das ist der Mod. Einfach nur, dass man nicht halt über den ganzen Server lag produziert. Weil das ja auch Leitung kostet. Badum, stum, bum, bum. Hi. Ich brauche Fackeln ohne Ende. Und ich habe keine, doch ich habe Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich habe hier gerade irgendein Ohr gefunden. Boah, meine Mutter macht Essen. Nein, nicht. Geil. Einfach nur geil, die Reaktion. Ach, ich weiß. Du farmst das Lapis ab, was du findest. Ich habe eine Forge und Shovel. Jetzt kriege ich nur noch, ah, super. Super. Au, 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 au. Jetzt kriege ich nur Flint da draus. Na gut, so schlecht kann es auch nicht sein. Zu viel oder zu wenig geraucht? Wieso geraucht? Das war klar. Au. Mich wurde gerade von irgendwas erdrückt. Au. Au. Ah, ich kann dich hitten. Ach, wirklich. Ich kriege noch irgendwas aus irgendeinem Grund auch Damage. Ich weiß nicht, warum. Forns 2 und so. Du hast Forns auf deiner Rüstung? Ja, auf meinem Brustpanzer. Ach, kein Damage bekommen. Ach, fuck you. Geh nochmal weg. Stehst im Weg. Wieso ich? Ich dachte, du stehst im Weg. Schneller, schneller. Setz du die Fackeln. Danke. Ich bin hier jetzt der Mining Drill. Au. Aua. So, das kann hier jetzt noch fünf Stunden so gehen. Oh, Eisen. Ich farme alles ab, was daneben ist. Also wir machen jetzt eine Farming-Episode und ich habe vergessen, meinen Timer einzuschalten. So ein Noob hier. Ja, nein, immer diese Noobs, die hier am Start sind. Ich denke mal, wir machen nochmal eine halbe Stunde Folge. Ich glaube, das lohnt sich irgendwie, für Mindcrack so lange aufzunehmen. Mindcrack. Meine Ha-Ha. Meine Ha-Ha. Meine Ha-Ha. Meine Ha-Ha. Ich meine hier und meine dort. Ich meine da. Wow, ist eine Höhle. Dieses Video ist nicht ganz fertig. Es fehlen ein paar Schnitte. Elektrotäter. Was trägt die Frau in ihrer Mitte? Guckt euch mal das Let's Play von Marcy und mir an. Da haben wir das die ganze Zeit so getrieben. Oh, hier hat einer irgendwas gebaut. Eins. Guck mal hoch. Dann zwei, drei, vier. Meine hier. Du meinst da. Wir meinen zusammen. Wir meinen das, das. Das passt. Oh, wow, 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 wow. Hier ist ein riesen Chunkfehler. What? Nein, ist ein Chunkfehler von mir. So, wo haben wir den Lapis? Wo haben wir denn? Schon wieder Uranium. Ich suche gerade ernsthaft Lapis durch diesen Chunkfehler. Warte. Boah, immer dieses X-Ray, das der benutzt. Alter, ist das schlimm hier. Ja, ich weiß nicht, ob du das auch hast, diesen Chunkfehler. Da könntest du den theoretisch auch benutzen. Wie pisst du denn? Da, wo ich bin halt. Oh Gott, packt das bei mir. Noll. Back, 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 back. Komm mal zu mir. Oh Gott, da ist so viel Eisen in der Mine, das ist ja schon krank. Siehste, hast du den auch? Was für ein Schaumfehler. Oh. Oh, er hat's geladen. Er hat's geladen. Jetzt hat er die Cam wieder zur Zeit durcheinander gebracht. Weiter. LoL! 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 Du wirst jetzt gerade, glaube ich, nicht mehr mit aufgenommen. Minecraft ist abgeschmiert. So, wir sind zurück. Wir hatten ein paar technische Probleme. Minecraft-Server sind abgeschmiert und ich konnte mich nicht mehr einloggen, nachdem ich gecrashed bin. Ich hoffe, dass die Aufnahme irgendwie einigermaßen gehalten hat, dass ich das zusammengeschnibbelt kriege. Aber, äh, es geht weiter. Schnipp, schnipp, schnipp. Äh, es geht weiter. Ich höre mich gerade voll selber von Tobi, den wir noch dazugezogen haben. Kannst du gar nicht. Ich war commuted. Warum höre ich mich dann selber? Adi, bist du das? Hallo. Nein, ich bin unschuldig. Ich hab meine Headphones offen. Hallo. Jetzt schallt es doch nicht mehr. Egal. Okay, äh, wir machen weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Beim fröhlichen Main. Kann das sein? Ja. Okay, dann machen wir einfach weiter. Aber ich... Ich geh zum Raum und baue da weiter. Warum bin ich jetzt verbrannt? Oder und? Oh, das. Oder fühl dich jetzt tätig zu mir. Jetzt... Ich kann dir helfen. Jetzt ist bei die Camps wieder abgeschmiert. Wer hat mich gerade umgebracht? Ich weiß nicht. Junge, jetzt schmiert mir gleich das wieder ab. Ist egal, wer es war. Am Arsch. Ich hab's nicht. Ich hab nicht mal, äh... Feier-Aspekt auf meinem Schleid. Ich auch nicht. Theresa, kannst du mal kurz meine Zimmatür zumachen? Bitte so. Willst du denn so geheime? Mach halt einfach. Friss halten machen. Wir wollen ja nicht böse werden. Ich hab dich gehört, Felix. So war es auch gemeint. Naja, fuck you. Nehmen wir uns immer noch auf. Ja, wir nehmen immer noch auf, Adi. Oh, hallo YouTube. Ich bin jetzt im Fernsehen. Ich auch. So, jetzt sagen wir einfach von hier 20 Minuten. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das davor war. Egal. Wir machen das so nach Adam Riese ein bisschen. Wow, wer war Adam Riese? Ich will das jetzt genauestens wissen. Okay. Wait, wait. Erklär mir das in jedem Detail. Okay. Ähm, ach so. Ich hab nur so zur Info. Ich hab ne Fortune 3. Wow. Zack. Wow. Du Cheater. Du hast am Spawn rumge... Du hast am Spawn rumge... Jetzt hab ich mich schon wieder selber gehört. Jetzt hab ich mich schon wieder selber gehört. Wer ist das? Tobi? Tobi? Nein. Doch. Doch. Alter. Doch. Warte. Jetzt hör mal auf dich zu muten. Hör mal auf dich zu muten. Okay. Nur mein Vater kommt hier. Nur mein Vater sagt, was ich... Dann schmeiß ihn raus, weil sonst höre ich mich nämlich selber. Und sonst kommen den Aufnahmen nicht so gut. So. Ähm. Slash. Ich habe mich entschieden, äh, am Home etwas weiter zu machen. Mach du. Nur mein... Ähm. Black. Kannst grad mal zu mir kommen. Ich hab mal ne Frage. Er heißt übrigens Black Peace, weil er schwarz ist. Ich bin schwarz. Nein, bin ich nicht. Also ne. Ja, er hat sich mit, äh, mit, äh, schwarzer Acryl... Ne, nicht Acrylfarbe... Farbe... Kommst du grad mal bitte. Na durch. Wandfarbe anmalt. Damit er, äh, nicht als, 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 äh, Deutscher durchgeht. Äh, Adi, wo bist du? Ach, Frau Melka. Ich bin da, wo du nicht bist. Ich bin beim Home. Äh, komm mal bitte. Das ist wichtig. Warte, ich muss erst mal Adis Screen wieder einstellen für die Aufnahme, ja? Ach, keine Ahnung, ich brauch's halt mal. Was ist denn? Ich hab'n Quarzkristall gefunden. Ist das gut? Äh, ja, bringt mit. Okay. So. Einfach alles abbrauchen, oder? Äh, alles was geht, ja. Sie ist nicht, ich will nichts. So, warte, ich muss grad mal was entschaden. Ich hab nämlich 48 Level, die will ich nicht mit mir rumtragen. Ist doch egal, verlierst du eh nicht. Ich will sie trotzdem nicht mit mir rumtragen. Sie ist trotzdem nicht mit mir rumtragen. Ich steh' auf'm Hausdach, nur so vor so Info. Unbreaking 3, Efficiency 3. Pfff, warum ist das? Ponös. Pfff, auf was? Auf was? Spitzhacke. Spitzhacke. So, komm Adi, 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 Adi. Willst du meine haben? Nee, danke. Also, wir tauschen. Warte, warte, ich muss grad erst mal ganz schnell diesen Wort wieder einstellen. Pff, 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 pff. Pff, pff. Pff, pff, pff. Pff, pff, pff. Pff, 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 pff. Das geht schon wieder nicht. Warte, Disconnect. Das ist voll zum Abkacken. Würde ich jetzt aufnehmen, würde man die ganze Zeit den Titelscreen sehen. Das ist einfach so dermer abkacken. Von dir gibt's ja auch nichts interessanteres. Ja, ich weiß. Boah, bin ich gemein. Pff, 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 pff. Tobi, bist du das? Ja. Sehr gut. Pff, 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 pff. Siehst du mein Screen jetzt gerade? Ja, wo bist du? Where the fuck? Wow, wo bist du? Ja, jetzt bin ich weggeportet und der Mod glitscht schon wiederum. Ich glaub, wir lassen das mal gerade für diese Episode. Na, Alter, meine Maus. Fuck, da muss ich... Wir müssen da mal noch auf ein Upgrade... Lapis, endlich! Musst du sagen, wenn du das brauchst? Ha, ha, endlich kann ich ein Master Rater bauen. Wir schaffen was, diese Episode, Leute. Wir schaffen was. Achso, warte mal. Ich will anfangen, aber dafür brauchst du noch Glowstone. Nee, brauch ich nicht. Doch, brauch ich. Scheiße. Ähm. Och, ja, mein Bub. Scheiß Handy. Immer diese Handys, ne? Schlimm. Warum muss ich gerade so heftig schlucken? Ach ja, ich hab ja immer noch Erkältung und Magen-Darm und alles gleichzeitig. Scheiß sich hier jeden Tag, tagtäglich. Rund um die Uhr scheißt er sich die Windeln voll. Boah, Alter, wie hört sich denn das bei dir an? Ja, das geht ja alles in die Windel rein, weißt du? Das wird so absorbiert. Das geht direkt in ein schwarzes Loch und dadurch wird die Sonne gefüttert. Warum zur Hölle wird hier Sonne dadurch gefüttert? Ja, irgendwie muss sie ja laufen. Weil es lecker ist. Genau, weil es lecker ist. Punkt. Oh, ja. Die Sonne findet es unheimlich schmackhaft. Wah. Also, ich würde es lieben. Wah. Du bist ein Scheiß-Fetischist. Scheiß-Fetischist. Du bist ein Scheiß-Fetischist. Du bist ein Scheiß-Fetischist. Du hat sich da wieder gemutet. Du hat sich da wieder gemutet. Tobi. 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 Wir hören uns immer selber, Tobi. Wir hören uns immer selber, Tobi. 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 Hey, Tobi. Tobi. Wenn du dich mutest, mach bitte das Mikro in Skype aus, ja? Weil sonst hören wir uns immer gegenseitig selber. Und das ist ein bisschen blöde. Ja, Entschuldigung, aber der kommt immer so und einfach... So. Adi, pass auf. Adam Riese, auch Adam Ries, Adam Rüs, Adam Ries, oft in den flickitierten vorm Adam Riese. Ja, natürlich. 1492 oder 1493. 1492 in Staffelstein, Fürstbistum Bamberg, gestorben 30. März oder 2. April 1559, vermutlich in Annaberg oder in Wieser. War ein deutscher Rechenmeister. Da hab ich gefragt. Rechenmeister. Das heißt, nach Adam Riese ist es so ungefähr, weil er so ein bisschen... Vater des modernen Rechnens. Also nach Adam Riese bedeutet, dass man es nach modernen Matze-Jahres-Stäben gerechnet hat. ... Ja, 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 so genau, weil ich das jetzt nicht wissen, also halt die Knappe. Tidididididididididi. Eine Ansage... Ein Mann, eine Ansage. Hmm. Na gut, man, man, nicht ganz so vielleicht, aber schon. Brauchen wir Nikolaj. Nein, wir brauchen Scheiß. Von Felix. Also wir brauchen, wir brauchen Sonnenenergie quasi. Solar Energy, the best for the future. Wir könnten echt mal so, so Trailer-Dreher werden. Solar Energy, the best. So, ich hab 10, ich hab 10 Rome. Siehst du mein Screen wieder? Nee, ich hab's abgeschaltet, weil das immer rumbackt. War das jetzt so okay? Weil das, was ich jetzt gerade... ...baue. ...mit dem Newton ist eine Überraschung. Ja, aber okay, wir haben es nicht gehört. Teilig. Überraschung, TP. Nee, ich baue jetzt hier mitten in den Fels dieses Nether-Portal rein. Falls ihr die sich fragen, was ich gerade hier für eine Scheiße mache. Das ist normal bei mir, dass ich Scheiße mache. Wie gesagt, ich speise die Sonne, ne? Also seid mal froh. Das war jetzt so unlustig, Alter. Brauchen wir Redstone? Nein, wir brauchen Roten Stein. Adi? Der war nicht besser. Der war wirklich nicht besser. Ja, ich weiß, das war auch klar. Das war am besten. Wir hören damit auf, okay? Das kommt nämlich nicht gut. Auf welche Höfen nennt man nochmal Uranium am besten? Null. Keine Ahnung. Weißt du noch, wie Uranium ultra viel wert war in diesem Equivalent Exchange? Ja, Mann. Da kriegt es für ein Uranium irgendwie vier Diamanten. Das Schlimme war dann, wenn man Uranium brauchte. Das Geilste war, Uranium hat man eigentlich für nichts gebraucht, weil Nuklearreaktoren und Nukes waren nicht erlaubt. So, ich bin im Nether. Das war echt das epischste. Das heißt, du konntest einfach die ganze Zeit Uranium farmen. Das sind dein komisches, äh, äh, wie hieß das Ding? Hier hat schon mal einer was gebaut. Energy, Energy Kondenser, äh, reingepumpen. Gibt's denn hier auch? Bist du ungefähr, nein, bist du ungefähr 133 Blöcke von unserem Home weg? Ich? Nein. Ich bin im Nether. Ach so, im Nether. Suche Glostone. Oh, nein, 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 nein. Nein? Nein! Oh, selbst das Nether hier wurde schon besetzt, sozusagen. Hier hat schon einer eine riesige Plattform gebaut. Skip, 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 skip a beat. Nein, nein, nein. Das geht, my heart, skip, 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 skip a street. Willst du mich verarschen? Ja. Super. In dem Nether-Portal ist nichts zu kriegen. Ganz ehrlich. Das ist die beste Antwort ever. Willst du dich verarschen? Ja. Nee, Adi, komm mir mal bitte helfen. Wir brauchen Glowstone. Ich hatte vorhin ne Quelle. Ist egal, ich hab jetzt hier mein eigenes Nervenportal. My heart fix, 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 fix. Das musst du wenn dann raus zentieren, bitte. Ja, danke. Was dann? Oh, ne Wisp. Stop. My heart beep, 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 beep. Beep, beep. Herr fix, repeat ever. Woah, 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 woah. Feld cuadern. Adi. Danke. Ja, nein doch vielleicht. Nee jetzt ernsthaft? Ich krieg damage, ach so. Ich dachte grad schon so, what the fuck, wovor krieg ich damage? Das ist jetzt mein, äh, dritter Weg ins Nether. Mal gucken, ob wir das nochmal hinkriegen. Oh, Gott, ich darf keine Leute mit Sprachfehler nachmachen. Was ist denn hier? Ich habe erneut Damage gekriegt. Und hier hatte anscheinend jemand... Äh, Mining Chefs. Chefs? Ich habe hier Gold gefunden. Ich glaube, dass es Gold ist. Ich kann es hier aufheben! Gold Ore. Oh, es war ein Gold Ore. Tut uns sicher mal, Adi. Leute! Wie kommst du denn da drauf? Yeah! Boah, ich muss mein Jetpack rausziehen. Lattest Dash. Okay, das, was ich hier gerade am bilden bin, ist... ...so eine smallen Tile fertig. Ich kriege doch hier niemals irgendeine Closedone her. Aber zu einem sehr smallen Teil nur. Ist es am Spawn irgendwie noch Closedone zu finden? Wahrscheinlich nicht, weil da schon alle anderen Spieler gefarmt haben. Versuche ich mal irgendwo hinzugehen, wo... ...gleich noch keiner war. Ist ja jetzt schon ein bisschen kacke, weil die, äh... ...weil das halt ein öffentlicher Server ist und da andere Spieler auch spielen. Ja, aber keiner unserer Rechner, die wir hier haben, äh... ...schafft es so einfach, Server laufen zu lassen. Meiner hat ja auch immer geleckt wie Sau, als wir privat gespielt haben. Ja, ja. Ich hab noch nen LabCop neben mir stehen. Also, keine Ahnung. Ja, ich hab auch nen PC neben mir stehen. Nein, ich mein... Closedone, 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 Closedone. Okay, da ist Tobi. Hey, guck mal, wenn ich mich mute, dann werde ich erst immer leiser. Und dann... Ah, so schön ruhig. Ja, endlich weg. Leck mir die Nüsschen. Nein. Other players can undo you work here. Consider. Das steht bei mir auch die ganze Zeit, wenn ich irgendwann Block setze. Ja, macht aber auch Sinn, das zu sagen. Ja, was aber kacke ist, weil es direkt neben unserem Haus ist. Und die Überraschung ist ziemlich auffällig. Das ist kein Problem. Tobi hat noch was Grundstücke und Tobi hat auch noch was Grundstücke. Also, wir können noch ein bisschen was machen. Tobi und Tobi haben noch was Grundstücke. Ja, das wird immer komplizierter. Ich sag euch, wenn ich hier das Intro machen muss, dann muss ich mal... Ja, ich kann da nachher noch ein 50. Wahrscheinlich, wenn ich immer das Intro machen muss, dann muss ich mal denken, Tobi und Tobi und Tobi. Ich hol mir bald noch nen anderen Account, also. Warum? Dann heißt er auch Tobi. Dass man sich... Dass man mich... Dass man mich unterscheiden kann. Brauchst du nicht. So bekommst du nicht. Nein doch, ich wollte eh mal nen anderen Namen... Fetscht doch nicht. Du, mit deinem anderen Namen. Erst heißt er Motherfucker, jetzt heißt er dann Dadfucker. Du hießt ja vorher Puff. Was gefiel er denn nicht mehr, dann hießt er Zuhälter. In Hamburg hat er einen Sarg angeschwemmt. Konnten sie nicht aufkriegen. War wohl ein Zuhälter drinnen. Das war's mir nicht wert. Was machen wir das denn? Soll ich mal nen Pikmin schlagen? Dafür wollte ich meinen Lippen jetzt nicht verwegen. Wenn ich jetzt nen Pikmin schlage, alle die im Nether sind, kriegen dann... haben dann ein Problem. Achso, nen Pikmin. Ich hab... ich hab Pikmin. Ja, ich hab Pikmin. Ich hab Pikmin. Ich hab Pikmin gedacht. Da ist noch mehr Glowstone. Ja, wir haben noch erstmal Pikmin schlagen. Na ja, Pikmin. Ey, ich hasse dich, Pikmin. Oh Gott, ein Gast, ein Gast. Oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, da kommt ein Gast. Okay, Leute, wir haben jetzt einen Gast hier. Ähm, Adi, der hat dann den Ast zerlegt. Und der hat dann den Gast zerlegt. Mein J-Pick ist leer. Egal. Kannst du da jetzt... Komm mal, ich hab nen Kopf von dir bekommen. Wo? Tobi, kannst du jetzt in das Ganze reingucken und so? Hast du gesehen, Tobi? Ja. Den, 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 den. Den, 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 den. Felix, das, was ich gerade anbauen will, ist eigentlich so dermaßen an auffällig. Und du hast... du bist die ganze Zeit schon dran vorbeigeflogen, ne? Als ich auf dem Dach stand und so, ne? Und du hast es nicht bemerkt. Warte, ich muss mein Jetpack aufladen. What the fuck? Da hat sich jemand... Douglas 320. Ja, warum nicht? Soll ich mir so ein Advanced Electric Jetpack machen? Mach ruhig. Du musst das Ding aufladen. Wo drin lädt man alles auf? Das wirst du gar nicht wissen. Ja. MFSU. 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 Musik Musik